Ich werde mich einfach mal hier reinworben und dann, ich will mal kurz meine GPU-Auslastung im Auge behalten. Ich habe auf OBS ein bisschen die, was ist das, Psycho-Frames oder sowas, diese vorausschauenden Frames ein bisschen reduziert. Okay, wir sind bei 70%. Wir gehen nicht über 70%. Sieht gut aus. Lass mal auf. Wir wollen die Welt brennen sehen! Oder zumindest den PC. Wollen wir denn, wollen wir denn Raytracing? Wir haben 30% zum Verprassen übrig, Freunde. Raytracing-Qualität! Maximum! Oh, ich muss zum Titelmenü zurück. Okay. Wir versuchen es einfach mal, okay? Wir werden sehen, was passiert. Jetzt wird RTX aktiviert! Also ich kann mal eben kurz eine Vollbildaufnahme machen, damit ihr das Tracking sehen könnt. Falls es euch interessiert. Die guten Daten. Wenn wir das Raytracing... Okay, Raytracing-Qualität Maximum. Bis jetzt. PC wird explodieren. Lässt sich nicht ausschließen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es lädt nicht. Ich la... Oh Gott. Nichts... Beim Stream ist ein Encodierfehler aufgetreten. Das Spiel ist gecrasht und mein Stream ist offline gegangen. Sagen wir mal, wir werden Raytracing nicht aktivieren, okay? Ich kam nicht ins Spiel. Wir waren im Ladebildschirm und dann ist einfach... Das Spiel ist einfach gecrasht. Und dann ist auch OBS überlastet und ich bin aus dem Stream gekickt worden. Das heißt, das war ziemlich aufregend. RTX off, meine Freunde! RTX off! RTX off! RTX off!